Alter, was mit ihm, ey? Es muss klatschen, Digga. Wunderschön, hast du Sail, Alter. Äh, Muskete, okay. Achso, ja, ist Nahkampf. Weil, ja, weil, weil halt. Ist ne echte Muskete. Kamp-Lucky-Cut. Kamp-Lucky-Cut. Schon, oder? Kamp-Lucky-Cut. Alter. Immer schön, die Shops erklimmen. Weg mit dir, du Fick-Schnitzel. Na gut, der unten, oben, ist nix mehr. Da machen wir mal schnell unseren... Das war doch richtig, aber irgendwie hat er es nicht gemacht. Egal, wir fahren jetzt einfach. Rein in die Masse. Ja. Medieval Town Und das andere ist sogar schon wieder weg. Ah, so besetzt sich. So, Freunde, wir probieren es nochmal. Wir schaffen es. Warum geht er da nicht durch? Aber wir kommen es durch die Wand. Wir kommen es doch nicht durch. Kultisten-Schwert. Wart mal schnell. Keinen Augenblick. Warum ist denn dieser Laden blau jetzt auf einmal? Vor allem, welche ist denn das? Schaut, der leuchtet blau. Der Biest, der geht hier. Brauch mal leben, ey. Alter. Coins für mich. Coins für mich. Gib mir deine Coins. Warum leuchtet der blau? Das ist doch nicht normal, warum der blau leuchtet. Irgendwas ist hier noch. Zementsäge. Sombrero. Klar, der Sombrero ist es. Irgendwas ist hier. Irgendwas. Achso. Oder auch nicht. Warum leuchtet denn der blau? Ich weiß es nicht. Ich will es auch wissen. Warum leuchtet das rosa und die anderen nicht? Das ist sehr merkwürdig. Warum echt mal wieder Granaten, ey? Das ist ein sehr komischer Laden. Hala! Was ist denn mit dir los? Junge! Ja, Mann! Was? Jo. Außer neues Sturmgewehr. Die Leiche liegt ja hier auch immer. Hier kommen wir ja nicht rein. Oben. Gibt es hier etwas? Ich denke nicht. Nein. Ja, wir laufen ein bisschen Planos rum bei dem Spiel, aber... Hey, hey! Ich weiß immer noch nicht, warum der Laden blau ist, aber... ...wird schon seinen Grund haben. Denke ich mal. Legt hier noch ein Breitschwör drum? Natürlich, der Hammer ist natürlich auch weg. Ich nehme die jetzt einfach mal. Hallo, lieben Freunde! Gehen wir nach oben? Vielleicht ist da... Wir können nochmal Laden erkunden, glaube ich, oder? Stativ. Weg mit dir! Check, check. Also, wiederholen Sie einfach, was Sie mir erzählt haben. Wir... Wir haben in der Schlange vor dem Eingang gewartet. Schon seit drei Tagen. Mein Mann wollte ein Großbild-TV von 4-4. Und ich wollte das Sushi-Set von Sippers 9. Es war 5 Uhr morgens. Und dann fingen die Leute auf einmal an zu schreien. Ich drehte mich um. Und dann liefen blutende Leute durch den Schnee. Und dann sah ich diese Zombies. Sie griffen sich, die Leute. Und dann... Dann... Was haben Sie gesehen? Ich habe nichts gesehen, sondern etwas gehört. Und ich habe gespürt, dass da etwas Großes und sehr Starkes war. Es war das reine Chaos. Die Leute wurden umhergeschleudert und zerfetzt. Und... Und da war dieses... Was? Geräusch. Wie... Ein Brüllen. Oder Jaulen. Es war... So schrecklich laut. Alles klar. Das war nicht. An mehr erinnere ich mich nicht. Lol. Gibt es Bosse auch? Ist das so richtig fette? Ich laufe gerade ein bisschen planlos rum. Aber auch nur, weil ich das anhören wollte, was ich zu sagen hatte. So, jetzt sind wir wieder unten. Ähm... Ja... Und... Ähm... Ja... Ich weiß, wo ich hinlaufe. Falsch rum. Wir gehen jetzt da zum... Mission. Könnte mal eine Schnauze halten. Da liegt leider nur so ein Ding drin. Aber... Besser ist nichts. Wenn wir cruisen. Auch scheiße. Oh scheiße. Ecke, Ecke. Danke. Wow. Der hat sich traurig, Alter. Ich mach es noch kaputt. Der ist auch schon kaputt. So, vorne. Boah, mir nicht. Ich nehm halt schon wieder fast zwei Stunden auf. Aber das Spiel macht einfach so viel Bock. Alter, da ist ein Schirm. Oh, ich glaube, da bauen wir noch irgendwas anders. Was bauen wir denn dann dafür nochmal? Für den Sturm. Elektro. Huch, was ist denn das? Oh, ne Zeitung. 8 von 67. Alles klar. Ich guck einfach mal mit denen hier ein bisschen rum. Ja, lol. Also, es wird nicht markiert. Also, markiert wird es nicht immer... Nur, wenn man ein Ding hat, oder? Also, wird es nur markiert, wenn man eine Schlüssel dafür hat. So, jetzt verstehe ich das langsam. Weil ich das sagen kann, dass da nicht drin ist. Das... Das wär's ja... Das wär's ja... Oh. Schwert und Schild. Ich hab ein Schwert und ein Schild. Irgendwann haben wir's aufgemacht, also... Ich brauch Granaten, Alter. Hier war ich noch nicht drin. Ich brauch Granaten, Mann. Schokoriegel, Alter. Jetzt wieder nur fressen. Ja, es war ja klar. Egal, Freunde. Wir gehen jetzt los. Der darf man halt ohne Granaten. Alter, der hat's... Den hat's da teilt. Oh, wieder ist wieder ein Gegner da. Gut, gut. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen Granaten, aber ich glaub' nicht. Hauptsache, das ist ein Stummgewehr. Was brauchen wir da für... Pümpel und Elektronik? Ja, okay. Werden wir halt die ganzen Rezepte mal merken könnte, aber... Brauch' ich ja nicht. Na gut, Freunde. Ich hab grad jeden gekillt, der den Code kannte. Ähm... Ähm... Oh, Machete. Nice. Klingenfeuerwerk. Wahrscheinlich Machete, oder? Ähm... Propan... Prop... Ich kann's wieder nicht lesen. Propan-Gasflasche. Plus, ähm... Nahtkampfwaffe. Klingenfeuerwerk. Ja, es explodiert und dann macht's... Platsch, platsch, platsch. Nicht übel. Ach fuck, das ist ja auch ne Nahkampfwaffe. Ja, guck doch das mal an. Warum kann man das nicht werfen? Ja, guck doch, das ist ja auch ne Nahkampfwaffe. Obstches... Obstches... Wie wir ein Jingle von... Bis jetzt ein Regel erst haben. Ja... Eins fehlt uns hier noch. Ja, mit Sprengstoff. Okay. Ich denke, ich weiß gar nicht, ob man diesen Exo-Anzug, den hat er nur einmal und hat man für immer eigentlich. Ich frage mich, ob das... Bitte, was? Zünd mir doch jemand den Sack an. Also den Spruch habe ich ja noch nie gehört. Aber dafür liebe ich Dead Rising, ey. Die deutsche Synco und ihre Sprüche, ey. Ist einfach nur geil. Einfach nur geil. Also ich muss erst suchen, oder? Einfach mal hier. Okay. Der Winkel stimmt nicht. Oh. Ja. Warum sehe ich mir das überhaupt an? Wie? Wie? Wo? Was? Wie sind die... Ich weiß es nicht. Ich will auch gar keine... Ich will gar keine Fragen stellen. Muss ich doch, es geht. Wie? Es geht auch. Ich will aber keine... Vielen Dank.